Musik So Sollten wir genug Drying Racks erstmal haben Wenn wir die voll haben, dann brauchen wir erstmal nichts Oh Junge Was machst du da? Warum höre ich dich doppelt? Oh Habe ich mich erschrocken Hör dich doppelt aus irgendeinem Grund Ja weil ich meinen Walkie Talkie gerade in der Hand habe Ja dann mach das mal aus Das ist ja richtig, du bist mega laut Boah Junge habe ich mich erschrocken Wo ist das Viech? Ja ich wollte weg springen und habe hier Anstatt zu laufen habe ich auf Q gedrückt Und deswegen war das Walkie Talkie in der Hand Ah ok Boah habe ich mich aber erschrocken hinter mir Irgendwo war so ein Ding am Schreien Ok Huh So Döcke brauchen wir jetzt erstmal Ja wo brauchst du die? Überall Ich habe ein bisschen umgestellt Wie du vielleicht siehst, die Hasenkäfige sind jetzt da links Die müssen nochmal neu gebaut werden So wo sind die? Warum muss denn die nochmal neu gebaut werden? Weil ich da hinten jetzt nur Drive-Rexing gebaut habe Wie du vielleicht siehst Ja aber das war doch eine Verschwendung von Dingern Ach jetzt sieht es aber schön aus Das ist wichtig Nur dann Ups Oh Oh Das wollte ich tatsächlich nicht Da guckt der Schwingt da wild mit der Dingern Oh es ist was kaputt gegangen Das ist natürlich jetzt Oh Bamm wenn ich zuschlage geht dir was kaputt Bamm wenn ich nochmal zuschlage geht dir noch mehr kaputt Bamm 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 Hast du was sehen? Ganz komisch Ne habe ich gerade alle in deine neuen Hasenkäfige hier gesteckt So ich gehe nochmal da rüber in den Horrorwald Das ist echt gruselig da drüben Stehst du da? Au kacke Komm zurück ganz schnell Ok wo bist du? Ah ich sehe deinen Namen Hier ist noch ein Problem Auf der anderen Seite kommen zwei von denen die wir gerade besiegt haben und noch ein normaler Oh oh im Ernst? Ja Können die durch unsere Türen? Nein das habe ich ja ausgestellt Ich guck mal schnell ob ich das gerade wieder ausgestellt habe Oh ja ich sehe die Uh Jetzt ist es ausgestellt Sonst hätten wir uns jetzt alles zerstört Weil die beiden sind extra dafür da um alles kaputt zu machen So ja sollen wir kurz mal Hallo sagen? Äh speicher mal eben Sollen wir mal eben da speichern gehen Falls wir nämlich jetzt doch irgendwie Schrott gehen oder so Mal wieder die Typen vor der Nase stehen habt Ja Deswegen habe ich extra einen anderen Speicherpunkt gemacht Ich glaube die sind auch ein bisschen böse Die haben glaube ich äh Ja ich glaube die haben ja auch Jutwart vom Wald platt gemacht meinste Oha Ja gut dann lass mal gucken was wir so gegen die ausrichten ne Achso Angriff Warte mal ich bin aber hier essenstechnisch äh Spät jetzt greife ich schon an Ja gut ich komme Oh yo ich bin direkt platt Das gibt es ja wohl nicht Das ist natürlich Ja das Ja das Da kann ich dich jetzt nicht raus retten Tut mir leid Da hast du jetzt Pest gehabt Ja und ich glaube der eine nibbelt an mir Ich muss dann ab jetzt ein Bein weniger weiterspielen oder so Ich hoffe es Boah alter Wie soll man die denn besiegen Ich glaube von hinter der Mauer mit Pfeil und Bogen Ich kann aber auch noch Pfeile das ist das Problem Ich hatte gar keine mehr Ich wollte ja welche bauen Deswegen habe ich ja die Vögel für die Federn platt gemacht Hast du noch Sticks? Ne Ja das ist mein Problem gerade eher Die hauen doch die ganze Koffe drauf Ach die haben doch auch noch Fondertopf Cocktails warte mal kurz Ja Gut dass die da gerade so geil auf dich sind Ja Jawoll Drei habe ich erwischt Und Drei erwischt Alle drei Echt? Die brennen was schön von sich hin Und noch einen Anzünden Feuer noch Dann überriegt es noch hin Und brennt Das ist voll geil Ich hör das einfach nur Ich will nicht sterben lassen Ich kann es gleich noch mal holen Es wird auf jeden Fall knapp Du hast geschätzte 20 Sekunden noch Ich weiß nicht je nachdem wie schnell die Feuer haben Zwei und auf jeden Fall immer wieder Feuer dabei Ja Zehn Neun Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Jetzt ist mein Scher Ja tot Ich lebe aber nur noch einer Und der macht noch alles kaputt Okay Ich bin wieder hier im Flugzeug gelandet Ja dann du siehst ja wo ich bin Ja Ich sammle mir hier mal eben alles im Flugzeug noch was ich hier kriegen kann Aber scheint alles weg zu sein Doch ich hab's Ja gut das wird jetzt ein bisschen knifflig Wow und ich hab nix mehr Aber einer ist Aber einer ist Waaaah Einer ist tot Okay Ey wo war denn die Flugzeugaxt? War die nicht hier im Flugzeug? Du hast das alles noch oder? Ne alles ist weg Echt? Ja alles Krass Kannst du deine Leiche luden oder sowas? Äh Ich weiß gar nicht wo die ist Vielleicht da wo du gestorben bist bei euch vor der Tür Das kann gut sein ja Ach da hinten ist sogar ein toter Kopf ja das kann echt sein ne Ich lauf jetzt mal einfach in unsere Richtung Ich hab eh nix ich hab keine Waffe ich hab gar nix Und ich hab Hunger krass ich bin komplett am verhungern Komm zurück Was soll ich denn sagen? Also das wird jetzt echt knapp Er prügelt grad voll Drei Sachen ein halt hier Ich weiß gar nicht was ich tun soll Oh der ist tot Haha geschafft Ein verschissenes Ding Es ist nur noch ein Stein in die Fresse geschossen Sehr geil Da war er tot Alter das war natürlich jetzt äh Da haben wir halt keine Aber jetzt konntest du glaub ich nochmal neue Medizin holen oder? Da müsstest du doch vielleicht am Eigentlich müsstest du doch hier wieder geboren wär Ich weiß nicht Vielleicht musst du dir auch ein Bett selber bauen Damit du hier wieder gespo... Weißt du? Oh ich hab grad irgendwas giftiges glaub ich gegessen Aber es hilft ein bisschen Komm mal am besten zurück Jetzt so gut es geht Ja ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Weg Und auch auf dem direkten Weg Aber ich lauf ein bisschen an den Dingens vorbei An hier den Typen Da hab ich ehrlich gesagt keinen Bock auf die Weil die müssten mir eh nur einen Schlag verpassen Bin ich platt Ich hab äh Einen Sechstel oder sowas Energie Aber was ist das? Einen Zehntel sogar nur Höh Und da guckt der Typ mich einfach an Ja und ich glaub der läuft mir hinterher Ja Das stimmt Wir haben ja gar kein Feuer mehr Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen blöd Oh krass Und da hinten ist noch so ein riesen Viech Hier mit diesen sieben Armen Und der ist genau in die Richtung wo ich hin muss Ich muss mal grad einen kleinen Umweg machen Ja überhaupt nicht gruselig Ich brauch Sticks Ich hab ein paar Stöcke mitgebracht die ich so auf dem Boden liegen gefunden hab Euer ist ja leider kaputt aus irgendeinem Grund Ja stimmt ne Irgendjemand hat das kaputt gemacht Und ich muss was essen Ja ich auch Ich mein Energie Also Essen ist komplett leer und blinkt die ganze Zeit rot Ich hab ein paar leckere Beeren gefunden Das geht ja auch erstmal Okay Wie im Dunkeln kommst du drauf ist aber auch scheiße Da kommt Bescheid wenn du wieder im Ich bin auf jeden Fall schon auf unserer Insel Ich muss dir einen kleinen Umweg machen deswegen äh Penn mal jetzt in dem Bett Ich hoffe eigentlich sollten wir dann da respawn werden Das verstehe ich jetzt nicht Dachte ich auf jeden Fall Vielleicht ist es auch nicht der Fall Ich weiß es nicht Auf jeden Fall bin ich jetzt gleich wieder da Und lass mich mal eben zu meiner Leiche noch gehen Dass ich da vielleicht alles looten kann Warte aber hier das Feuer am besten dann Oh Jackpot Ich hab alles wieder dran Ja Ah ok ein paar Sachen fehlen glaube ich Aber sonst ist alles wieder da Oh geil Ist die vielleicht noch drin weil du neue Sachen gesucht kannst In deine Tasche voll war Ah Ja das weiß ich nicht Ich glaube es fehlen eher Es fehlen eher Sachen Das meinte ich Was soll ich als erstes machen hast du gesagt? Das Feuer hier Hast du eine Leiche mitgebracht? Ja wo ist sie? Hinter dir Also unter dir Sehr schön Was willst du mit der? Oder was hast du da vor? Knochen Achso Achso die kommt jetzt aufs Oh Ok So ok Essen Wie siehts aus? Oder sollen wir zuerst schlafen? Ja lass uns mal pennen gehen Ja erst pennen gehen Schau mal ich hätte doch noch ein paar Stöcke die Gebe ich mal eben hier in die Hasen fallen Ja das war es schon Hast du die äh Mutanten noch entdeutet? Falls die noch da waren Ich weiß es gerade nicht Hier draußen? Ja Hier waren keine Oder ich sehe keiner Oder ich sehe keiner So sollen wir pennen gehen? Ja du brennst Schön lecker warm Schön lecker warm Pennen gehen Ey hier ist ein Loch in der Stufe ne? Das ist korrekt Very very nervig Mal gucken ob meiner jetzt im Schlaf gestorben ist So jetzt muss ich unbedingt schnell was essen Warum sollte er sterben? Was hast du denn? Weil ich vorher schon fast tot war Und ich habe gedacht im Schlaf verliert man doch immer Leben und so Warum kann ich die Dinger nicht nehmen? Ah toll Hab der direkt gefressen Das wollte ich gar nicht Deswegen Weil die Halle hier in meiner Tasche sind Hast du schon gegessen? Ja aus Versehen roh Also ich bin auf jeden Fall satt Kannst essen Ich brauche jetzt noch was zu trinken Aber vorher will ich laufen Die Energie leer machen Äh Was brauchen wir als nächstes? Stöcke ne? Immer noch Stöcke da unten links Ja ich gehe mal hier zu den Kollegen Zu den Nachbarn Gucken ob die was haben Hier oben gucken Ja Ja Direkt Holz holen Also fahr mit dem Baden hier oben auch los Ja Leider Alles klar Weil das ist irgendwie sonst immer Ein vertanender Weg Naja Kann die Hölzer und Dingerns kann es ja Gleichzeitig mit dem Wagen sowieso nehmen Ja Kommen da einfach zwei Von den Tentakel Johnnies eh Und der eine hat mir ja nur eine verpasst Und ich war direkt platt Ja das war schon echt übel Ja man hätte sich nicht mit denen anlegen dürfen Ich glaube man hätte sich einfach verstecken sollen Ja Und vielleicht von hinter der Mauer versuchen mit äh Es war einfach ja oder so halt Ich hatte halt einfach nur Glück Dass äh Die auf deine Leiche geil war Und ich die ganze Zeit die Monotov-Coptex da drausweisen konnte Als der vor unserer Tür stand konnte ich das auch nicht mehr machen Ja Aber ich höre die ganze Zeit irgendwo einen Ah ich weiß es nicht Wahrscheinlich bilde ich mir das ein Wahrscheinlich Das würde ich auch sagen Vielleicht vielleicht Ja Also mit den Stickys ist hier echt mager eh Irgendwie schon ne Das stimmt allerdings Selbst hier oben ist wenig los Ja ne Ich mach jetzt mal hier noch so einen kleinen Baum platt vielleicht Ah doch hier haben wir noch ein paar Aber ich glaub das wird trotzdem ein dicker Baum stamm und keine kleinen Ja Jo Dann bringe ich die mal mit Hier gibt es eh keine Sticks mehr Ja Ja Wobei Ich bin schon wieder strecken Hier oben kann man auch gut noch Beeren snacken Hier oben kann man auch gut noch Beeren snacken Ja gut Da brauche ich mich an den Banz vollgeschlagen Kann ich denn dieses Fleisch nicht hier zum Trocknen hinhängen? Hast du ein zweites Lagerfeuer gemacht? Ja. Der schreit da rum. Hä? Der schreit da rum. Äh, der Eddy macht hier Krawall. Hast du denn hier oben noch irgendwelche Sticks gefunden? Weil hier ist auch gar nichts mehr, ne? Da musst du mal gucken. Also ich bin einfach rumgelaufen. Auch was weiter. Und was ist es denn da für eine Map? Das ist ja wohl schwach. Warum? Weil nicht wirklich klar war, was was war. Hä? Ach so, die Map meinst du? Ich dachte du meinst... Ach so, nee. Hier, die Map zum angucken. Du musst halt aufdecken. Du deckst halt auf, indem du da... Da langläufst, ne? Da waren noch links Sticks. Gerade außen auch noch Sticks. Überall Sticks bei dir. Wo bist du? Auf deinem Twitch-Kanal. Überall Sticks. Du schlägst ja lieber auf blutige, arme Rehe ein. Ja, natürlich. Steht sich doch ganz von selbst. Die beißen die Fische frei. Du bist so ruhig. Bist du... Deswegen ist der so ruhig, weil die Fische so gut beißen. Ja. Du konzentriert. Genau. Boah, diese Falle braucht noch vier Sticks. Ja, gut. Ja, aber da haben wir es auf jeden Fall schon mal... Ich glaube das nächste Mal oder jetzt... Ich bitte da mal dein. Ja, nächstes Mal eher. Können wir uns dann nochmal richtig um die Höhlen kümmern. Boah, wenn wir in die Höhlen gehen, das wird krass. Ja. Ja, ganz ehrlich. Die fand ich echt hart. Also war jetzt okay, kommen wir mal rein, aber die waren ja voll wie ein Labyrinth. Ja, ja, deswegen ist die Karte halt auch schon mal sehr wichtig. Ja, ne? Aber eigentlich habe ich ihn so, was immer eine gute Orientierungssinn. Okay. Aber natürlich kann auch mich der mal verlassen und dann ist man verirrt. Und dann ist es vorbei, genau. Ja, genau, dann hat man das Problem, ja. Aber eigentlich finde ich mich in sowas immer halbwegs gut zurecht, würde ich einfach mal behaupten. Okay. Hast du mal da hinten in der, also in der Ferne gesehen, da ist so ein Berg mit Schnee oben drauf. Kann man da auch hin? Ja, man kann auf jeden Fall ein Schneegebiet, da brauchen wir aber erst dickere Kleidung für. Ah. Das reduzieren wir. Ich glaube, wir müssten irgendwann mal weiter vordringen, weil hier ist... Ja, das ist jetzt, wir müssen die Höhlen, also die Aufgabe ist es eigentlich, die Höhlen zu erforschen. Da ist der meiste Staff drin, auch die Story geht da weiter. Okay. Äh, oben hier gibt es natürlich auch noch ein paar Locations, die man abklappern kann, aber das meiste geht, glaube ich, in den Höhlen ab. Hier ist ein physikalisch unlogischer Wasserfall. Glaube ich denn nicht. Doch, weil hier ist ein Wasserfall, aber das Wasser kommt einfach aus dem Stein. Ja, so wie es Wasser macht. Ja. Wo kommt denn Wasser bei dir raus? Äh, aus der Toilette. Siehste? Placis habe ich gefragt. Was, was, was? Ja. Witzig, witzig. So, Sticks. Sticks, ja, hier, ich bin dabei. Ich frage, ob die dauert haben, aber die sind auch langsam, die haben auch langsam keinen Bock mehr, ihre Tote aufzubauen, ne? Ja, ne? Ach, zwei Hasen, guck mal. Aber die kriege ich zu Fuß nicht. Am Arsch der Welt. Seiten sind Stickies. Wenigstens zwei Stück. Ich bin jetzt immer nur die ganze Zeit weitergelaufen, ne? Ich bin jetzt richtig weit weg. Und das für drei, vier einzelne kleine Stickies, das ist ja... Ach, guck mal, neue Gegenstände, drücke Bio, was? Okay. Hast du schon eine Falle fertig gemacht? Ja, ne? Ja, eine. Und bei einer fehlen sogar nur noch vier. Da können aber auch Eichhörnchen drinne. Und da sind die gerade, oder was? Ja, jetzt gerade ist hier ein Eichhörnchen, ja. Wo ist mein Speer? Da. Da wird dich das Eichhörnchen hier. Natürlich. Das ist viel zu krass, das Ding, ey. Wir brauchen eher Hasen. Die können wir dann in unser schönen Hafenkäppich reinstellen. Und dann können wir da Rammel-Rammel machen. Und dann haben wir unendlich Hasenfell. Oh, okay. So ist der Plan. Ob es am Ende funktioniert, weiß ich nicht. Aber so habe ich mir das ausgedacht. Gucken wir, ob das klappt. Hasenfell ohne Ende. So weit das Auge reicht. Guck mal, den Hülleneingang kann man sogar von hier aus sehen. Das ist schon mal sehr schön. Was für einen Hülleneingang? Wo siehst du denn den Hülleneingang? Den einen auf der anderen Seite. Wo wir... Ach, egal. Boah, bin ich weit gelatscht. Ich bin jetzt oben wiedergekommen. Auch nicht schlecht. So, dann kriegst du hier einen Baumstamm. Und dann nehme ich die Seilbahn. Seilbahn ist geil, ne? Weiß ich noch nicht. Immer in den anderen, auf die andere Seite. Hier sind noch viele Stickys. Aber es ist halt ein weiter Weg. Wo meinst du? Andere Seite, über den Fluss? Ja. Ja, da war ich ja eben. Da habe ich doch die Typen immer gesehen. Deswegen fand ich das dann nicht so cool. So, die zweite Falle ist fertig. Wo war denn die dritte? Ach, da. Sollte aufpassen. Nicht zu denen rennen. Ja. Jetzt gerade keine. Also, ich komme jetzt auf jeden Fall auch rüber. Hier ist auf jeden Fall noch genug Dicks. Noch genug Dicks? Dicks und Sticks. Alles, was du gerne hast. In deinem Arsch. Fisch Dicks hätte ich gerne. Und ein Hase. Guck mal hier. Guck mal her. Hier links. Hier vor mir. Hier, hier, hier. Ja, ich brauche keinen Hasen. Alles gut. Hast du nicht gesagt, du willst Hasen haben? Ja. Ich habe gesagt. Aber so kann man die nicht fangen. Mit der Hand. Du kannst die nur in einem Käfig aus der Hand mit der Hand raus holen. Und dann in den Käfig, in den Käfig, in den Käfig rein tun. Oh, oh. Leider, leider. Wenn man noch ein paar lieb zu dem ist. Und die ein bisschen rammelt, dann sind die bestimmt auch lieb zu dir. Äh, ja. Ich habe gerade Pilze gefressen. Gut, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie mein Hasen umgeht. Ich auch nicht. Ich glaube euch kein Wort. So, die erste geile Hasenfalle. Jetzt sag nicht, es ist fertig. Ich habe eben schon die zweite fertiggestellt. Ist fertig. Ist neu aufgestellt. Sehr gut. Die zweite ist auch aufgestellt. Sehr schön. So, und jetzt hier die. Da brauchen wir noch ein paar. Hier, diese, wie heißen die? Leguane oder was das ist? Die brauchen nur einen Schlag auf den Hinterkopf und zack. Ich nenne das Lursch. Lursch. Ob es einer ist, weiß ich nicht. Da musst du durch. Als Lursch. Um ein Frosch zu werden. So. Noch ein bisschen Reh. Rehabilitieren. Genau. Was war das denn für ein Holz? Was? Nee, hier war so ein toter Baumstamm. Den habe ich umgekloppt. Der ist so in ganz viele kleine Teile, aber damit kannst du irgendwie nichts machen. Durch Obleut, ne? Ja. Und hier, voll witzig, hast du das mal gemacht? Ich weiß nicht, du spielst ja mit dem Pad, aber wenn ich die rechte Maustaste klicke, dann, äh, wehrt der ab. Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Das ist wichtig im Kampf, ja. Nee. Sorry, ich dachte, das wusstest du. Nein, worauf ich hinaus will, ist, dass das aussieht bei mir, als wenn der immer guckt, wie spät haben wir es jetzt. Ja, okay, alles klar. Das wollte ich. Nein, nein. Man kann nicht auf seinen Arm irgendwie gucken, mit irgendeiner Teste, aber das ist echt. Echt? Das habe ich noch nicht gefunden. Ich habe nur dieses Abwehren und bei mir ist, das sieht das immer aus, als wenn ich, äh, gucke. So, wie spät haben wir es? Ich muss jetzt nach Hause. Okay, ich gucke jetzt und tschüss. Da ist scheiß Kaninchenfeld hin. Ein Kaninchenfeld habe ich auf jeden Fall. Wo ist das? Ach, das ist immer blöd. Wieso, das hier immer gleich aussehen. So, was soll ich zuerst bauen? Was möchtest du zuerst haben? Köcher? Geil. Äh, sorry, ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, wir brauchen doch noch ein bisschen Hasenfell. Hasenfell ist gar nicht so unsinnig. Okay, die letzte Falle ist auch fertig. Sehr gut. Geht man dann da hin und guckt, ob da was drin ist? Ja, wie schicken wir denn SMS? Ah, ich wollte schon sagen. Der Fry weiß Bescheid, wie es in der Natur funktioniert. Ich wollte gerade sagen. Ey, jetzt habe ich hier schon wieder... Äh... Aber zwei Stöcke brauchen wir noch. Wofür? Ah, hier, ist noch ein... Okay.